Aus Großheubach zu den Top-Favoriten. Aber nicht nur der Meistertitel, sondern vor allem auch die Familie gibt dem 34-Jährigen die nötige Motivation. Man fühlt sich irgendwie geborgen, wenn der engere Familienkreis dabei ist. Und bis jetzt habe ich das Maskottchen immer mitgenommen, meine Tochter, und hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Sportlich klappt es zur Zeit ebenfalls gut. Nach vier Läufen führt der Yamaha-Pilot souverän das DM-Gesamtklassement an. Heute sollte der vierte Saisonsieg eingefahren werden. Doch Reifenprobleme verhinderten einen Platz auf dem Treppchen. Den Sieg holte sich in einem spannenden Rennen der Fahrer mit der Nummer vier, Dirk Heidolf, ebenfalls Yamaha. Matthias Neukirchen wurde am Ende vierter. Klar, gewonnen hätte man lieber, aber Platz vier, die Punkte sind auch wichtig. Und wir haben immer noch 19 Punkte Vorsprung, also sieht noch gut aus. Töchterchen Michelle sah das wohl etwas anders. Sie gab dem Papa heute nicht allzu viele Punkte.